Also, ich glaube, der Hauptzweck ist hier Kuscheln zwischen Regierung und Journalisten. Wenn ich ganz offen sein darf, niemanden. Das, glaube ich, ist eher das Gegenteil der Fall, ganz ehrlich gesagt, dadurch, dass mich die Leute kennen. Da trauen sich manche das zu, mit mir da zurechtzukommen und laufen dann nicht davon und lassen sich darauf ein. Daraus können sich sehr charmante Begegnungen entwickeln. Also, es hat sich natürlich schon stark verändert, dadurch, dass mich eben alle erkennen. Aber der Schockfaktor ist nicht mehr so groß. Das spielerische überwiegt. Puh, das ist eine schwierige Frage. Gar nicht so leicht zu beantworten. Aber ich habe, sage ich mal, gute Erfahrungen gemacht mit dem Wissenschaftsminister, Heinz Fassmann. Den hatte ich einmal zu einem Zweier-Interview. Und da hat er sich mehr als wacker geschlagen, um eine blöde Redewendung zu verwenden. Der hat einen guten Humor und auch in jedem Fall das Rüstzeug, das rhetorische Rüstzeug, um da mit jeder noch so verqueren Frage gut zurechtzukommen. Ja, ich glaube, ein bisschen vermissen wird man an meiner Stelle immer den Michael Häupel. Einfach weil er einen sehr, sehr guten Schmäh hat. Also, ich habe immer den Verdacht, dass der im Wirtshaus gereift ist, der Schmäh aus der Hüfte heraus, jede Ansage retournieren kann. Also, das hat mich schon auch immer wieder beeindruckt. Und ja, da ist es etwas schade, dass ich dem wahrscheinlich nicht mehr begegnen werde. Ja, da komme ich jetzt mit der klassischen Politikerantwort, das müssen Sie ihn bitte selber fragen. Ich habe natürlich meine Meinung zum Thema, meine Überlegungen dazu, aber ich will sie da jetzt nicht großartig ausbreiten. Es stimmt, dass ihm das Format ein bisschen zuwider ist. Also, er fühlt sich da einfach nicht zu Hause. Dadurch, dass er sich nicht so zu Hause fühlt, macht es man es für uns dann leichter. Es wird eine Polit-Satire sein, also Satire mit eigentlich hauptsächlich oder überwiegend politischem Inhalt. Eine News-Comedy, das heißt, es gibt in einem Art Nachrichtenstudio Auseinandersetzung mit Nachrichten, TV-Nachrichten, Print-Nachrichten. Allerdings nicht in der Art und Weise, dass man skurrile Meldungen auf ernst verliest, sondern im Gegenteil die ernsten Meldungen ein bisschen skurril oder satirisch bespricht. Und das lenkt sich an amerikanische, US-amerikanische Vorbilder, wo ja diese Form der Polit-Satire seit 20, 25 Jahren etabliert ist. Und wir haben einfach das Gefühl gehabt, dass sowas massiv fehlt in Österreich und würden da gerne entsprechend nachlegen.